So, da sind wir wieder. Weiter geht's. Minecraft. Du bist noch im Game-Mode. Rage-Tower. Echt? Ich bin noch im Game-Mode? Ja, du bist noch im Game-Mode. Ich wollte gerade einen Schlag geben, weil ich synchronisieren wieder muss haben am Tun. Welcher Mode war das nochmal? Game-Mode 2. Ja. Ja, heute ohne Chris. Der ist nämlich noch nicht da. Aber das fällt bei Chris auch gar nicht so auf. Der ist ja immer so laggy. Oh, was mach ich denn für ein Quatsch? Wir haben mal ein bisschen geschaut, was uns noch so erwartet. Das ist nicht gerade wenig. Warum ist hier ein Loch in der Wand? Ich will's nicht wissen. Wahrscheinlich hast du das da reingekloppt. Ach, Mann. Naja, würde ich jetzt auch sagen. Ach, ich lauf da wieder runter. Weißt du. Mann. Nein. Das ist doch ärgerlich. Ich komm da erst gar nicht drauf. Dreck. Kann das sein, dass du gar nicht sprintest oder sieht das nur so aus? Ich sprinte? Steuerung, ne? Steuerung gedrückt halten, ja. Lecko mir. Ja, hier an der Ecke, genau hier an der Ecke ist die Karte irgendwie ein bisschen laggy. Wir wissen auch noch nicht, warum. Aber das ist irgendwie so. Kurz. Ah, Mann. Ja, nein. Lang. Ach, fuck you. Fuh, Nick. Was denn? Der? Der läuft schon oben eine Etage höher rum. Ach, du. Ey, wie lang ist denn die Challenge am Stück hier? Ja, lang. Ist das alles ein? Das ist nicht alles eins, oder? Soll ich dich mal hauen? Nein. Hätte ich auch nicht gemacht. Alter, ist nicht wahr. Ich komme da nicht hoch. Also, wenn du da oben... 300... Die nächsten 300 Folgen bestehen daraus, wie ich versuche, auf diesen ersten Teil drauf zu kommen. Wenn du hier stehen bleiben willst, musst du in der Luft, äh, die... Oder sollen wir uns quasi wieder unsere eigenen Checkpoints einrichten. Ja, wäre sinnvoll. Weil dann würde ich irgendwie sagen, vielleicht hier, wo ich jetzt stehe? Ja. Ja, 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 ja. Ja, gut. Also, du musst, äh, hier, äh, Großschreibtaste. Shift. Shift. Wenn du darauf landest, direkt in der Luft Shift drücken, und dann... Da waren die Probleme, ja. Wieso? Das geht doch eigentlich. Ich krieg das nicht hin. So, kann irgendwer von euch auf die Zeit gucken? Fünf Minuten und so. Weil, äh, ich hab's nicht im Blick, weil ich musste ja meinen zweiten Bildschirm deaktivieren, komischerweise. Ja. Komm, er ist gar nicht so weit. Ich könnte ja mal, um euch ein bisschen genauer beobachten zu können, in den Game Mode gehen. Nein! Hahaha! 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 So, ich glaub, so ist gut. ihr seht so langsam aus irgendwie aber ich sprinte keine sorge alle versuch mal noch ein bisschen früher auf den ersten block abzuspringen weil du kommst immer gegen die kante quasi alter das kann auch nicht wahr sein und wichtig ist auch kurz ich springe ich schon zu kurz ob ich eigentlich meine schlaue strichliste hingelegt keine ahnung ebenfalls naja dann halt nicht leck mich doch am arsch ja also man kann hören wir sind froh wenn wir mit survival folgen anfangen ja also wenn der torm durch ist gehen wir in den survival mode und machen dann gar nicht ja doch das kriegen wir schon hin wer nervt denn jetzt per wort ach so ok zwei minuten noch ja ist gerade auch aufgefallen ich könnte einfach auf meine handy uhr gucken mach ich auch ich hab ja always on display all days display was always on nicht all days keine damenbinde nein nicht nicht always on von wegen dass das der display die ganze zeit an ist sondern wieso ein bildschirmschoner mit uhr und kurz benachrichtigung ach so ach ja fuck fu man fu man ju dr fu man ju ja die ersten drei völlig problemlos ich setze doch einen punkt nein ich setze da keinen punkt nach den ersten drei letzte minute läuft bereits ja ja aber auf survival freue ich mich wieder extrem also das wird da ist zwar der rage faktor nicht so hoch was es manchmal echt lustig macht aber so ende ende ok ja ja stimmt ende ja ja wie war der befehl slash teleport ne ja geht aber auch so ah und jetzt slash spawnpunkt einfach ne ne moment wir sind wieder unten ach so du hast falschrum teleportiert stimmt ich hab falschrum teleportiert ne ich hab ihn gar nicht teleportiert äh äh so rum ja und dann einfach slash spawnpoint ne genau und jetzt noch äh ja 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 so alles klar aber falschrum oh mein gott ey ja warum teleportier ich denn immer falschrum jetzt hast du maio getötet nein nein ich hab mich selbst getötet weiß ich so jetzt aber ach ne komm äh game mode 2 so ja ich kann schon mal verraten hier oben wird's nicht einfacher nein warum fällt der denn runter ich hab nur schon drauf gestanden muss dann slash kill machen ne weißt du ja 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 ach das wird doch nix ach leck mich der arme gert ich glaub gert leidet am meisten gerade kann ich das spiel noch zurückgeben im survival das wird dir gefallen im survival ist ganz lustig eigentlich ja also warum fall ich denn da immer runter fuu alter fu 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 in your fu ey fu 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 in your fu okay ich spring zu weit super bei der ersten dings da unten springst du zu kurz hier springst du zu weit nein oh ich fahr so weit und dann mach ich so einen dummen fehler runter wow gerd ist mindestens noch einen höher gelandet als ich alter das ist wie bei der jamaika koalition ne man will irgendwo hin und kommt nicht an ist das eigentlich noch irgendwas neues oder nö bis jetzt nicht also man versucht jetzt irgendwie doch die spd zu einer groko zu bewegen oder man schaut auch als alternative doch eine eine minderheitsregierung anzustreben aber ja ja aber vorher mit der spd irgendwie zu dealen das wichtig das bei wichtigen entscheidungen also bei kernthemen die spd der cdu die stange hält aber das ist alles irgendwie noch ach man ich stand da drauf ich habe doch nichts mehr gedrückt wie kann das es gab ja wieder also ich habe mir jetzt mal so die 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 ersten reden so angeschaut der afd frau weidel frau weidel hatte wieder nichts besseres zu tun als alte verträge zu zitieren ne herr gauland hatte nichts besseres zu tun als mal nebenbei zu erwähnen ne das während in afghanistan krieg krieg und so herrscht sitzen die männer die afghanen hier im kaffeehaus trinken kaffee ah ja und ich denke mir alles klar huch tschuldigung ah mich doch pfui die oh diese kackstelle ey ich es gibt nichts mehr was ich hasse als wenn du einen block über dir hast wenn du springen musst ja das äh da kommst du oh und es gibt auch nichts mehr als was ich also ne das ist auch scheiße wenn der über diesen zaunfall noch drüber rutscht dann am ende obwohl du eigentlich schon lange shift drückt was ist denn jetzt los nein warum falle ich denn dein loch beides kannst ja auch komm da hab ich hier ein spawn-bot insetzte ich mache oh gert ja und jetzt ja ja jetzt komme ich auch noch dazu so gert jetzt siehst du wenigstens was alter warum mache ich das denn ja also die die afd hat grandiose reden gehalten muss ich ja sagen weit war ja zu rechnen ja nein da ist ja auch noch eine fickte fack scheiß decke ach komm kommst du da so locker leicht rüber ja gute frage das ist ohne anlauf einfach nur timing sache tatsächlich sobald ich nach vorne drücke und bin ich weg ja du musst mit shift ein stück mit shift halten und ein bisschen und zurückgehen und dann mit mit gedrückt steuerung nach vorne springen ja aber diese zaun pferde sind schon fies das stimmt legt mich doch am arsch da bin ich zu weit gesprungen fu 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 alter fu 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 was hast du denn jetzt gemacht jetzt spring ich an gert vorbei und lande im nirgendwo es war ganz gut da den checkpoint einzurichten u Das war's für heute.